Die Sängerin und Influencerin Sarah Engels verbringt derzeit einen Familienurlaub auf der wunderschönen Insel Ibiza. Und obwohl sie die gemeinsame Zeit mit ihrer Familie genießt, zeigt sie sich in ihrer Instagram-Story weinend am Strand. Wenig später dann klärt sie ihre besorgten Fans auf. Ich wollte euch nur auch einmal daran teilhaben lassen, dass auch bei mir nicht immer nur die Sonne scheint, so die 29-Jährige. Obwohl sie so ein privilegiertes Leben führen dürfe, sei sie tief im Innersten trotzdem ein kleines, ängstliches und verletztes Mädchen. Manchmal muss man das Ganze irgendwie auch einfach nur rauslassen, dann geht es einem schon viel besser, fügt Sarah hinzu. Gerade in der Stillzeit merke sie, dass ihre Hormone noch nicht ganz im Einklang sind und sie sehr sensibel sei. Außerdem sei das Thema Selbstakzeptanz ein schwieriges Thema für die zweifache Mutter. Darauf erhielt die Sängerin zahlreiche Nachrichten von Frauen, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Dies kommentiert sie ebenfalls in ihrer Story mit den Worten, Wir sitzen doch alle im selben Bötchen und macht damit vielen Frauen Mut! Wir sitzen doch alle im Hintergrund. Wir sitzen doch alle im Hintergrund. Wir sitzen doch alle im Hintergrund.